Servus und willkommen zurück zur Let's Play The Testament of Sherlock Holmes mit dem Brennmeister. Ja, wir sind hier zurück, ich war, wir sind ja beim letzten Mal ziemlich planlos hier gewesen. Jetzt schauen wir uns nochmal rum, wo waren wir? Hier war, ach, hier war der Tresor. Ah, ich erinnere mich, wir sollten, wir müssten hier etwas lösen, genau, gell, Watson? Lass uns mal auf unsere Deduksbord, Watson. So. Ein Mörder, genau, das hatten wir rausgefunden, das, äh, das Ding. Da sind die Mörder von... Ah, ah. Es ist evident, dass der Bishop of Knightsbridge's Killers nach etwas spezifisch waren und dass sie es nicht finden konnten. Reverend, ich will euch noch eine weitere Frage fragen. Open the chest. The item they were seeking must still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I am telling you once more, the chest is locked and shall remain so. Very well, we have reached an impart. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Go. Alone at last. Now I can continue my investigation. Ja, endlich. So. Okay. Was sind hier die ganzen Dinge? Okay. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich hier irgendwie in das Zimmer rein. I need something. This lock should be easy to pick. Let's see. Der Nadel? This lock should be easy to pick. Let's see. Ah, wo ist das doch? So. Okay. Drin. Ich verstehe es nicht so ganz. Das ist nicht richtig. Äh. Ah, okay. Wir können hier verschiedene... So, so. So, aber ich verstehe nicht ganz, wo wir... Vielleicht müssen wir das da oben nachbauen. Das heißt, wir müssten hier... Das hier nach oben bringen. Das ist nicht richtig. Start wieder. Okay. Also anfangs gerade. Dann nach unten. So. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Start wieder. Da sind wir. Das ist die Simpligkeit. Natürlich. Gut. Da oben. There isn't anything much in this room. It must be used as a reading or meditation room. Okay. Schauen wir uns erstmal wieder um. Dafür wechsle ich wieder die Kameraperspektive. Da liegt was. An inkstain. Quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor. Yet the ink must have soaked through the rug. Okay. This ink well was tipped over recently. Aha. Aha. There is nothing on the floor. Okay. Scheint wohl jemand den Teppich gedreht zu haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich schalte gerade das Inventat. Was ich eigentlich gar nicht will. Ah. Okay. Sollen wir jetzt vielleicht schon direkt hier wieder rein? Nee. Hier. Okay. Ist auch noch nichts weiter. Dazu gekommen. Okay. Jetzt noch mal ein bisschen mehr um. Wir aktivieren mal den Teppich. Ah, okay. Da hinten ist noch was. Hat er ja auch gut hingekriegt von mir. This horse resembles a large chess piece. There is a message underneath this statue. Let's see. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interessant, this chess game. Okay. Okay. Lassen wir den Raum wieder? Ich glaube, wir sind hier fertig. Alone. Okay. Was? Alone at last. Now. Jetzt nehmen wir jetzt hier mal wieder die Leertaste. Ich glaube, wir sind jetzt soweit hier. Ich bin missen. Weiß doch, dass hier die... Okay. Gehen wir in den Nebenraum. Der Ofen ist da rand voll. Den hier. Der Ofen ist da rand voll. Der Ofen ist da rand voll. Ich brauche... Ich符te nicht. Impossible... Impossible... I am missing... Impossible... I need something... Impossible to open it. Aha, das sieht doch noch nicht. Was macht das in dem Raum? Schauen wir uns vielleicht mal ein wenig mehr so um. Ah, okay. Sieht ihr? Okay, da war das Ding, das man hätte noch anklicken müssen. Okay, das heißt, wir müssen die Taschen. Zack. Äh, zack. Äh, zack. Äh, zack. Muss ich jetzt über jedes Feldeimer hüpfen? Oh Gott. Ohne ein anderes Zwischendrin zu berühren. Äh. Äh. Da hin. Da hin. Ach, herrje. Das ist ja... Neu starten. Okay, probieren wir es noch einmal. Nach hier. Nach hier. Nach hier, ich mein... Das kann ganz schön lange dauern, bis ich das hier rausfinde. Ich hoffe, ihr das wisst ihr. Weil ich mein, das ist gar nicht so einfach hier so ein... Schachbrett komplett nur mit dem Springer auszufüllen. Äh. Ich glaub, das hat mich schon wieder total... Das ist nicht richtig. Klar. Okay, einmal so. Einmal so. 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 Okay, und jetzt, äh... Ach so. Einmal noch so. Einmal noch hier. Einmal noch hier. Noch hier. Einmal noch hier. So, jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung noch. Okay, noch da kann ich jetzt nicht springen. Bleibt also eigentlich nur hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Als ich da springe, komm ich wieder nicht weg. Ähm... Ich kann nur noch da hüpfen. Ich kann nur noch da hüpfen. Das andere ist mir verwehrt. Das ist nicht. Ich kann nur noch da hüpfen. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Okay, nach hier. 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 Und nach hier. This last piece should be the good one. It will have to be pulled free. I need something. I will be sure that the first words will be for you, because he misses you just like me. Are you sure that you can't come Sunday after the evening evening? I thought that... 14. September. What? I thought that... Okay, 14. September. Mein Liebster, I know that you're all so thick, but I think that we're our band that you should definitely legitimize it. We can't for the rest of our lives in Sünde. 15. März. Seid ihr versichert, my Liebster, that I'm sure about your messes and your children? But thinkest du also on us, me and the children? I can't let the future of our children be afraid. I'll ask you, my Liebster, what is a Skandal, if it's about your family's Wohlergehen? A packet of letters addressed to the Reverend. They were written by a woman who mentions his illegitimate children. Their affair isn't official. Perfect. I have you now, my wayward Reverend. Okay. In dem so ist. Jetzt einen Blick werfen, wie lange ich hier schon aufnehme. Ah, die beiden kommen zurück. Ah, Watson. You are gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you. I'm afraid not, Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well, then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Letters? What do they say? Reverend, why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere. They could offer no cover. I knew, however, that His Excellency, may he rest in peace, would not notice my game. The contents of the bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. Hmm. Hmm. Okay. Now, let's do it. 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 Hmm. I am a gentleman, and it would distress me to be obliged to pass this correspondence across to your superiors. Holmes, I know that the end justifies the means, but allow me to express some reservations about how you are proceeding. You say you're a gentleman, but I hear nothing but the words of a blackmailer. The stems that you are looking for are scattered about this room. Manage by yourself. Okay. Hm. 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 Die können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Okay. Ich nutze das schon? Okay. Ha. Okay, also reicht uns das noch nicht. Wir brauchen ein weiteres Geheimnis. Ah. weitere Sachen. Das Spiel existiert übrigens, basiert glaube ich übrigens auf der Unreal 3 Engine. Das sieht gar nicht so unschön aus. Kann natürlich nicht mit der Unreal 4 Engine mithalten, aber... Brett vorm Kopf, aha. Okay. Wahrscheinlich war ich so oft hier auf den geklickt habe. Aber es war klar, dass das irgendwann passieren muss. Mein guter... Es gibt Blut auf diesem Papier. Was sollten wir nächstes tun, Holmes? Gut. Wir sollten natürlich das Geheimnis lösen, lieber Watson. Fehlt immer noch was, habe ich das Gefühl. Das kann doch hier immer noch nicht ganz zu Ende sein. Wir müssen also die ganzen Nadeln finden. Das Rand voll. Okay, vielleicht ist im Nebenzimmer noch was. Es scheint ja nichts mehr zu sein. Da. Aha, habe ich euch. Und da. Jetzt? Ja, Sie haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Wie wie immer. Wie warst du uns? Wie ist es gibt uns über Nachtbricht? Hat jemanden zu besuchen? Hat er sich nicht so worried oder Angst? Ich habe nicht die größten Frage. Die Frau kam zu ihm zu sehen, heute ist es zu Ihren. Ich finde diese Zeit etwas peculiert, weil das junger ist, nicht zu schauen. Das ist nicht so, dass das ein bisschen wichtiger ist. in der Archive-Sektion der Royal Library. Das lässt ihn nicht mit viel Freitag. Kennst du den Grund für seine Summonation? Nein, aber die Konversation war sehr heiß. Es dauerte nur ein paar Minuten und endete mit dem Vater in einer schrecklichen Rage. Interessant. Ich habe deine Fragen antwortet. Willst du mich jetzt mit den Autoritäten kontaktieren? Ich bin Angst, nicht, Reverend. Nicht nur noch. Okay, jetzt können wir die Strecke öffnen. Gut, gut. Wir probieren es mal. Aha. Ähm. Zack, zack. Ich verstehe nur noch nicht ganz genau. Das ist jetzt hier Trial and Error. Platzieren, platzieren. Entfernen. Das ist was wir machen können. Aha. Ach, ich kann es nur mal abwechselnd auf einem platzieren oder was? Ich verstehe das hier nicht. Okay. Hä? Schwarz. Schwarz. Jetzt. Also irgendwie verstehe ich das Spiel hier gerade nicht. Ist da der Einzige? Ich möchte mal eine gewisse Anzahl an Dingern dazwischen lassen. Okay, warte mal. vielleicht sehen wir vielleicht inhand der Maserung, dass man was sieht aber ich seh da nix hier vielleicht? ne, warum wird denn jetzt der genommen? steh ich nicht das kann ich hier, steh ich beim besten willen hier nicht wirklich nicht, versteht ihr das? ok jetzt habe ich drei da, jetzt habe ich keinen mehr ah, nein äh, ok gibt das in irgendeiner Art und weißes Sinn? irgendein, der ich nicht verstehe das kann ja nicht wahr sein das kann ja nicht wahr sein ach, zwei, vier ach, ist das schrecklich wahren denn die jetzt alle? alter, ich krieg die Krise hier irgendwo, ne ok, da, da wo fällt der? da, nein da, nein, da hier vielleicht alle nicht in einer Reihe liegen also der bleibt jetzt die Reihe bleiben ok, und der die, der die hier das heißt, ein von der Theorie hier würde mir noch der bleiben und hier der ok ok here we are i am eager to discover what remarkable treasure could justify such an act of barbarity extraordinary this chest is impenetrable how is it possible? no one other than the Bishop should be able to open it you open the chest with disconcerting ease holmes I've seen and heard quite enough. This time you won't stop me. Catch him, Watson. What the? But why? Run, Watson. Hurry. Es war Schneid, Mr. Watson. He's escaped. I hope that your motivations are founded, Holmes. I don't much like skirting around the edges of the law like this. It is annoying. Let's leave without delay. What have you found in the chest, Holmes? What in there is so precious for these men to commit such terrible acts? The Reverend was telling the truth. Nothing important was locked inside the chest, apart from a few religious items which are hardly worth stealing. So, we haven't made any headway. Perhaps the police will. By the time the police arrive, we shall be a long way from here, Watson. We are leaving. The pointer makes a lot of multiplayer. Very smart, like I just see. Next time I must be, I think, I'm going to go out of the Steam Community for a few games like this. Spiele wie diesen. Aber wir sind auch heute schon wieder am Ende angelangt. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen runter. Wenn nicht, kommentiert und abonniert mich. Da wäre ich euch sehr dankbar für. Hoffentlich sehe ich euch oder höre euch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Let's play mit dem Brennmeister.